wieso war ich hier noch nicht wo der donkey kong fasst typen wieder und so ein typ der auch mit ihm schlack down ist okay jetzt wieder irgendwas neues die die donkey kong kaputt ne das ist einfach nur so zu wieso ist das einfach so zu was ist das für eine tür egal jungen die hof cool und das wird unser raum hat genau unseren raum kommt auch mal wieder gehen gleich eine weisen statu okay so die gibt es noch mehr gegenstände jetzt einfach noch mal woanders hin oh gott na gut dann gehe ich erst mal hier lang alter bomben amortyp so hallo wer ist hier hallöchen was ist hier los man oh gott scarecrow scarecrow oh ein torbahn wieso hat der eine torbahn fallen lassen okay ähm ich könnte mir vorstellen dass hier wieder irgendwie so ein ort ist für oh alter äh okay ne es bleibt trotzdem derselbe gegner slime und tiny slime aber jetzt buttuch schon stark genug so zwei typen hier plat zu machen aber wo sind wir man DIobo hohoho będą pzx karma kammer pzq durchge Baş jinia DIB DIB 萬 ob du war IN So eb einfach noch weiter runter immer weiter runter da. Vielleicht noch ein bisschen ein paar Sachen einholen. Ah, wieder ein Kistenrätsel. Okay, wartet. Muss ich erstmal gucken, was man hier überhaupt von mir will, ne? Ah, okay. Auf den Schalter rauf. Gut. Dann aber erstmal hier nachgucken. Ach, so war das. Genau. Dort ist jetzt so eine olle Zahl. Irgendwas war ja, wenn ich so viel L, wenn ich so viel Erfahrungspunkte habe oder sowas. Oder irgendwas. Irgendwie eine Zahl muss dafür... Die da unten ist die Zahl. Die muss ich auch so erreichen. Wird aber nix. Gut, hol ich mal schnell die Box. Wartet mal. Aber ich darf die, glaube ich, nicht hier runterfallen lassen. Doch, genau. Ich muss sie hier runterfallen lassen. So. Nicht mal eine extra Schiebanimation, aber ist scheißegal. Hallo, Leute. Die gerade einschalten, meine ich. So, sonst geht es hier nur so lang. Oh. Na gut, okay. Für ein Leben maximum. Kann mir vorstellen, dass in einer anderen Welt, im anderen Schloss teil, hier dafür denn schon eher was gruseligeres ist. Wie zum Beispiel halt so ein Ding von Dracula. Aber da ist so irgendwie... Da ist doch jetzt auch so ein Mittelloch auf der Karte. Jetzt geht es hier vielleicht noch irgendwie irgendwo hin. Laut Karte sieht es nämlich halt sehr verdächtig aus. So, ihr wisst schon. Ja. Ja. Ups. Ups. So. Hier irgendwo. Ist das hier irgendwo noch lang? Kann doch nichts kaputt machen. Bin nicht unter durch. Nö. Dede de dun, de... Mmh. Gut, dann kann ich jetzt nochmal wieder hoch und dann noch weiter nach rechts mal gucken. Alles voll, ey. Man lässt mich immer noch treffen, trotz alledem. Ups. 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 Jetzt kurze Tropfen noch. Ne. Bin ich richtig? Bin ich richtig? Ich bin richtig. Oh. Dankeschön fürs Subscriben. Cybern. Dankeschön. Bin ich ja erstmal voll am verrecken, weil ich das lesen musste. Ich bin poisoned. Ich bin poisoned. So jetzt war ich noch nicht auf der rechten Seite. Nio dee. Nio. Nio. Höh! Scheiße. Oh mein Gott. Hallo. Nein. Oh, ich bin voll in die Falschrechen geslettert. Oh mein Gott. Hallo. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert mit ihm? Äh. Oh, ein guter Mann. Okay. Ich hoffe, der Boss ist wenigstens einfach. Okay. Oh Gott. Ich will auf die andere Seite. Scheiße. Oh. Mann. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Okay. 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 Ich habe den wohl echt verpasst und hätte hier schon viel früher hin gekonnt. Definitiv. Okay. Gut, habe ich den erledigt. Sogar Watzefatzen. Vielleicht komme ich jetzt wieder zum anderen Schloss da irgendwie hin. Keine Ahnung. Ähm. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh. Äh. Boah. Wie, wie übel. Das ist das geil, ey. Oh, das ist ein schönes Spiel. Einfach, als er vorhin den Schalter gedrückt. Oh. Irgendjemand wurde gerade voll gequält und dann fließt erstmal ganz viel Blut runter. Ups. Das wollte ich nicht. Ist das hier echt so ein Doppelbildschirm? Ja. Hm. Wow. Die. 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 Das sieht aus, Mann. Die. 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 So. Keine Ahnung, ob ich hier so hoch muss. Ob das einfach muss, was zum Ausweichen gedacht war. Die. 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 Ja, ja. USK-6, ne? Aber man hat auch nicht so viel ... Äh. Hallo? Hallo, mach deinen Zauber Ey, wieso macht er nicht deinen Zauber? Ich hab doch hier noch Oh, da geht das gerade nicht Oh, jetzt sieht man auch eine Welt Oh mein Gott, sieht man jetzt echt, wer hier zerslasht Oh Der arme Typ Möge hier in Frieden ruhen Dankeschön, Naturia Herzog, fürs Subscriben Wieviel Dank Alter Naja Den hat's zerfetzt, Alter, aber richtig übel Aber wie soll ich denn da jetzt noch hinkommen? Die anderen Dinger da kriegen Ach nee, ich glaube, das ist von der anderen Seite aus Okay, jetzt komme ich irgendwie dann wieder zurück Ich frage mich, was ich hier kriege Muss ich gucken So So Ey, schöne bunte Farben hier So, oh Ein Spiegel und Yellowstone Der Yellowstone Wieder eine Waffe für unsere Für unsere Web Macht Stromattacken Jo, einfach mal nehmen So Jetzt kann ich aber nichts mehr durchbrechen Aber es ist auch nicht mehr so wichtig erstmal Nicht mehr so schlimm Okay, gut Ich komme jetzt wieder runter Hoi Upsalaam Dümdüdüda Schomb Dümdüda Ich muss jetzt irgendwie wieder Wieder Runterkommen Dann vielleicht Dann vielleicht ist der Typ jetzt auch einfach Okay, pass das wieder runter Alter, weil so ein Typ Einfach zerslasht, Mann Aber okay Ja, wie hier Okay, das hier Auf der anderen Seite Da komme ich nur mit einer besonderen Fähigkeit hoch Die ich aber auch noch nicht habe Leider Egal Man kann den Himmel leider nicht normal drücken Ja, hier müsste ich eine Fähigkeit haben Weiß ich auch noch Aber die kriege ich leider nicht Wir sollten vielleicht doch erstmal jetzt Trotzdem erstmal speichern Ich liebe dieses Spiel Ist so geil Aber wie gesagt Es toppt leider nicht Order of Ecclesia Oder Ecclesia Weil das Spiel ist auch nochmal richtig geil So Jetzt halt hier lang Wo wir noch nicht waren Wo ist das? Wie komme ich da am schnellsten hin? Ah, noch eins höher Mann, ich brauche diesen Diesen Supersprung Habt ihr gerade schon gesehen An so einer Stelle Wo ich gerade nicht land konnte Da braucht man diesen Super-Megasprung Wo ist das? Wo kriegt man den nochmal? Hier jetzt irgendwo in der Nähe Oder auch nicht? Wo ist das? Die Axt Donneraxt Okay, jetzt aber wo es hin Kannst du dich aussuchen Wo du lang gehst Autsch Hallo Typie Danke für die Begrüßung Ähm Okay, sonst ist hier alles erledigt Okay Merkwürdig Hier gibt es jetzt nichts oder was? Was ist das denn für ein oller Raum? Wann gibt es hier nichts? Naja, okay Noch ein Uncursed Potion Ding Sonst gibt es hier nichts oder was? Ist das fies So, ob die in der Tür jetzt da oben offen ist? Oben noch etwas weiter links Kann ich aber auch nicht sagen Nun gut Aber wir erkunden Und wir erkunden Und wir umrunden Und wir entdecken Wir sind wahre Entdeckerfreunde Ja, hier Silberbestecker Skelettappe So, vielleicht Nee, die Tür ist immer noch zu, ne? Mach auf, Mann! So, ob ich jetzt hier alles erkundet Dann muss ich jetzt halt echt nach Ja, ich könnte jetzt auch natürlich noch Nach links gehen Ähm, weil da war ja auch Eine Wand zum kaputt machen Die kriege ich ja kaputt Jetzt mit meinem Ding Was ich vorher nicht hatte Dann könnten wir auch nochmal nachgucken Was aber doch bloß eine Abkürzung ist Oh, man muss hier so viel gucken Deswegen gucken wir jetzt einfach mal Erstmal saven Gut So Aber Wieso lebst du noch? Ich dachte gerade Die Fresserauf-Animation Signalisiert, dass du schlägst Tot bist So, okay So, hier oben lang Konnten wir ja auch noch nicht weiter Oder warte mal War hier eine kaputt machbare Tür? Nee, genau Hier muss ich so komisch hochjumpen Und was war nochmal hier das Problem? Äh, hier zum Beispiel geht es aber lang Nee Okay Einfach nur für den Schatz Na gut Das haben wir auch noch nicht gehabt. Ich lasse mal alle gegen eine Ruhe, die wir schon besiegt haben. Also, ich gehe jetzt ja, weiterhin nach nach Left. Boah, das ist wieder für keinen. Zack, bisschen Money. Boah, das war doch geil. Wieder sehr neblig, aber jetzt wege ich auch noch mal hier nach links. Entweder gab es irgendwas, wo ich da nicht lang konnte oder ich kann jetzt da lang. Achso, ich war ja einfach nur noch nicht. Okay. Wo ist noch ein Schlag? Geil. So, jetzt mal verflucht hier wieder schön in der Zeitlupe laufen. Egal, hier war ich halt echt noch nicht, ne? Muss ich mal gucken. Ah, der Fahrschulraum. Ja, der Fahrschulraum. Ich nehme natürlich wieder die Treppe. Obwohl der Fahrschul immer schön hinterherkommt. Ich werde den ganzen Raum aufdecken. Dumm, 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 dumm. It's locked. So, ich glaube, die kriege ich aber auf, ne? Oder weiß ich nicht, ob ich die aufrege. Muss ich erst mal gucken. Soll ich gucken? Dann lass mich doch mal gucken. Gleich. Die. Hup. Hups. Wo bin ich dann jetzt? Gelandet man jetzt. Doch alles gruselig. Zack. Maximale Herzen erhöht. So, okay. Oh. Eine Rüssi. Pad. Pad Armor. Cool. Padded Armor. So. Ey, cool. Dann kommen wir vielleicht da wieder raus. Das ist natürlich sehr nice. Das ist auch very nice. Ähm. Erst mal gucken. Oh. Was ist denn das hier? Das geht sogar irgendwo lang. Okay. Erst mal hier kann ich speichern. Natürlich eine Sackgasse. Mist. Hier ist nichts, ne? Äh. Ihr macht doch kein Ching-Ching-Geräusch. Scheiße. Aber okay. Alles okay, okay. Wir haben ja noch andere Mittel und Wege. Wo ist das? Das ist wirklich nicht mehr. Da habe ich keinen Platz. Könnte ja sein, dass das der Finale da ist. Ja, der Raum. Stimmt doch. Ich glaube, das war da. Da ist der Finalraum. So. Das sind wir bei den Low-Bob-Monstern. Low-Bob. Monster. Aber hier waren wir halt auch noch überall nicht. Oh. Castle Top Floor. Hier waren wir erst recht noch nicht. Warum sind hier keine Gegner? Äh. Äh. Ich gucke hier einfach. Keine Gegner da. Hier scheint Licht durch. Wir sind doch geheilt. Oh, hier ist ein Boss. Boss. Wieso ist da ein Boss? Ich habe Angst. Ist hier jetzt was zum Speichern? Oh, scheiße. Das ist ja glaube ich jetzt der Ober-Boss. Kann es sein, dass der da tot ist? Kann sogar sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Man, ich will aber hier alles erkundet haben. Ui. 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 So. Alles erkundet. Oh. Verbindung. Ach. Hier brauche ich auch wieder. Hier brauche ich leider auch wieder den Supersprung. Den Königern sein. Kann sein, dass ich denn hier gleich den Kriege war. So, alles erkundet. Alles erkundet. Halt ihr, wartet mal. Ich war noch nicht hier links. Hier links war ich noch nicht. Wollte da gucken. Was ist hier? Geht man? Hab ich nicht so viel mal getötet hier? Den muss ich noch töten. Den halt noch nicht. Den halt noch nicht in meinem Weppertraum. Hier konnte der mich töten, sag mal. So. Hups. Okay. Oh Mann, ey. So, hier kommen wir wieder zurück zum... It's locked. Kann sein, dass es jetzt so weiter ein Totenkopf drauf ist, dass das Türen sind, die nur aufgehen, wenn der Tod besiegt ist. Ich weiß es halt einfach echt nicht mehr. Das ist das Problem an der Sache. So, lass mal kurz Fahrschule nehmen. Bist jetzt schneller. Baba. So, nochmal speichern natürlich. Und jetzt bin ich gespannt, wer jetzt wirklich als Boss kommt. Ich glaube, war da mal der Tod? War da nicht irgendwie... Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich geh nochmal vor hier hoch gucken. Ah, hier ist er. Mann, die sahen alles gleich aus. Was ist denn hier los? Ja. Wow, lass mich hier in Ruhe, Mann. Nochmal so ein Raum. Vielleicht finde ich da hier ein bisschen was, was noch nützlich ist. Ja, hier geht es, glaube ich, einfach nur... ...verbindungsmäßig. Oh Gott, ey. Oh. Welcome. Äh, wer... Du hast einen Shop an einem Ort wie diesem? Naja, klar, ein wandernder Händler zu sein, der ich bin, äh, ja, durch meine Reisen, äh, ja, wurde ich, äh, von irgendwelchen Nebel aufgesogen und jetzt bin ich hier gelandet. Ist klar. Okay, es ist nicht, es ist, es ist nicht nötig für die, für dich hier einen Shop aufzubauen an dem Ort. Hier kommt ihr keiner hin. Also zuerst habe ich ein bisschen Zeit dafür benutzt, ähm, nach einem Ausgang zu suchen. Aber ich habe keinen gewonnen, also... Na, mit keiner anderen Option mehr. Offen habe ich einfach hier ein Business aufgemacht. Genau hier. Also, was kann ich für dich tun? Ey, ich kaufe mir jetzt was. Los, was? Wie viel Geld habe ich überhaupt? 3000! Ah, das Scheiße, was der hat. Der hat nur Scheiße hier. Ein T-Shirt! Ist ja auch geil. Looks fashionable on some. Welcher noch verarscht hier? Was hat hier ein Greek-Helm? Die sind ja alle Scheiße. Nova-Ring. Erhöht die Stärke von dem Kreuz. Den habe ich, glaube ich, noch nicht, ne? Boah, 8.000. 5.000 wäre er dafür haben. A Wrist-Protektor. Leute, der Typ hat nur Scheiße. Der Typ ist ein bisschen dumm. Kann ich denn den verkaufen? Warte mal, ich glaube... Ich glaube, die Dinger sind... Ich glaube, echt, die Dinger sind nur dafür da, um die zu verkaufen bei dem Typen. Habe ich aber echt sacking Bock, weil die sind doch schön, die Dinger. Die will ich nicht haulen. Alles klar, dann jetzt geht's weiter. Also, kann ich irgendwie die Tür von der anderen Seite aufmachen vielleicht? Äh. Weißt du, ich bin jetzt wieder zu neugierig. Ich weiß, dass da noch ein Boss auf uns wartet. Bloß, der wartet ja noch ein bisschen länger, ne? Was springt du, Sau? Ja, okay. Äh, wo geht's denn überall hin? Mmh. Hm. Mmh. 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 Mmh? Mmh. Mmh.